So, wie heißt du? Ich bin Wolfgang. Ein bisschen lauter wahrscheinlich. Mein Name ist Wolfgang. Und wir frühstücken. Jawohl, mit Zucker. Mit Zucker und Milch. Und wie nennt man das Ding hier? Latte Macchiato. Also Latte Macchiato. Und das hier? Das ist ein Pudding-Teilchen. Pudding-Teilchen. Und was nennt man das hier? Das ist eine Nussschnecke. Und was hast du hier? Cappuccino. Das ist Zucker. Und das ist Zucker? Und was hast du in der Hand? Den Löffel. Und das hier ist ein bisschen... Das ist ein Kaffee-Löffel. Und das hier, warum das so länger? Damit ich da rein bin. Achso, weil... Ein kleiner Löffel passt nicht da rein. Achso, genau. Ein kleiner Löffel passt nur da rein. Aber ein großer muss da rein passen. Und was ist... Was ist das eigentlich hier drin? Pudding. Pudding. Aber was für ein Pudding? Keine Ahnung. Wie macht man den Pudding? Ich kauf den. Du kauf das. Du machst das nicht mehr. Ich super hart. Das magst du nicht mehr. Sie können das noch. Sie können das noch. Also neben mir ist eine Frau, die hat... Sie kann das noch, aber er kann nichts mehr. Ne. Habe ich noch nie gefunden. Ich habe noch nie gelernt. Ich will es auch nicht mehr lernen. Ich kann nicht essen, weil ich tatsächlich koche. Was heißt das denn? So mischvertrauen hast du oder wie? Kochen war noch nie mein Ding. Achso. Ich kann nicht so kochen. Okay, dann machen wir Pause. Ich kann nicht so.